so da werde ich wieder während der pause hat die welt eingefangen unterzugehen hier in wien just fine with me so ein regen Sturmböen wer hat gedacht dass der klimawandel tatsächlich so funktioniert wie in den filmen ich dachte es wird halt wärmer aber stattdessen geht tatsächlich die welt unter go lieber how is it hanging my dude i need a medical bed you are in a fucking medical bed schreie nicht an einem medical bed während du in einem liegst ok nehmen wir halt den anderen mit dann ist derjenige das wirklich drauf hat wobei wollen sie jetzt kurz noch mal panning gehen setze ich gar nicht nein setze ich noch im arbeitsschedule oder this is fine draft ich meine mir wurde gerade gesagt es sollte eigentlich mit mehr als zwei leuten rüber gehen which i am not going to do ähm weil arty muss sich ja noch um dingsi kümmern hast du hast du medical 2 beautiful um gulliver das ist jetzt kommt jetzt einfach forest mit keine sorge es kann nichts passieren ich weiß es schaut jetzt ein bisschen blöd aus dass dann dem verblutenden gulliver vorbeilaufen muss da war jetzt fein kann ich jetzt sagen dass du da tocken sollst bei dir im zwölften ist nix ehrlich gar nix am 18 geht die welt unter ok scheint im selbe grenzt die sturm böe zu sein oder hast du aber nicht aus dem fenster geschaut ich bin halt auch im dach das heißt mir prasselt es auf den schädel quasi das ist geil ähm ich hoffe wir haben alle vieches beim letzten mal gekillt joo vieches any vieches ich geh noch gar nicht das blaue ist glaube ich die luft so wie ich es verstanden hab und dann immer noch ein bisschen luft übrig im shuttle nämlich 6870 sie brauchen glaube ich ca 1000 um wieder zurück zu kommen zu zweit zumindest ähm das ist halt schon befallen haben wir das ganze jetzt exploit wenn das ganze noch nicht exploit was haben wir noch nicht da haben wir noch nicht exploit und dann sollte irgendwie ein pop-up kommen das schon so gut ok salvage available click this notification for instructions bam das hab ich beim letzten mal licht select the exploit derelict by clicking this magic or zooming out blblblblbl. shut the fuck up select the exploit derelict by clicking this message or zooming out to tactical view und open the salvage tab to salvage resources. The transfer tab can be used to bring the salvaged resources back to your ship. Note that your crew members at the shuttle need to be undrafted in order to salvage and transfer resources. Okay. Stop being drafted. Stop being drafted. Klick nochmal darauf. Salvage. Transfer. Okay, zuerst transferen, dann... Oh, mein Gott. Ja, da kriegen wir den ganzen Shit, den ich brauch. Aber zuerst... Ich nehme mal an, wir tun zuerst alles transferen und dann tun wir alles salvagen. Transfer... Select all. Das ist der... Okay. Habe... Habe... Did I... Did I... Do I do it now? Glaube. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Gesern ab. Jetzt habe ich's verschrien. Wer hat geschrieben? Nope, trocken. Trocken, nämlich. Du. Ich habe... Ich habe... Ich kann nichts dafür. Das ist ein Cassandra-Syndrom hier. Ich habe dich nur gewarnt. Bei mir wird's nämlich langsam weniger. Ich glaube, es zieht gerade zu dir rüber. Viel Spaß. Are you going? Yes, yes, yes. Ich glaube, es funktioniert. Oder? Get it? Ja, sie bringen alles rein. Beautiful. Sehr schön. Jetzt habe ich gecheckt, wie es funktioniert, glaube ich. Und dann salvagen wir. Oder im Tactical View. Wo stand das nochmal? Or zooming out and open a salvage tab to salvage resources. Zooming out. Ah, das gibt's immer? The salvage... Okay. Wenn ich... Okay. Ah, okay. Wenn ich das Schiff an... Okay. 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 Ich habe's verstanden. Ich habe's verstanden. Gut, lieber. Wir schauen mal aus. Okay, er ist am Recover. Das wird mehr. Ziemlich langsam, aber es wird mehr. Haben wir alles? Nein, aber ich glaube, sie sind schlafen gegangen oder so. What the fuck? Human Meat? Wir nehmen aber alles mit. Space Food. Was ist der Unterschied? Fruits, nice. Soft Block, Tech Block, Wasser. It's perfect, ja. Sie sind am pennen. Aber dann werden sie alles holen. Ah, das macht alles so viel besser. Dann gehen wir die Infobox nicht so schnell raus. Und dann kriegen wir auch den ganzen Scrap, weil ich immer beim Recycler steht, ja, dass wir aus dem Scrap das ganze Zeug machen. I'm like, but you're not doing it. Und woher kriege ich den ganzen Scrap? Und jetzt weiß ich, wohin ich ihn bekomme. Continuous, oder brauchen wir das für jeden was anderes? I don't know. Wir sagen immer einfach, soll das alles re-re-dingsen. Was sagst du mir? Insufficient Resources. Ist mir klar. Wir haben sie ja noch nicht, wir haben sie ja noch nicht, äh, gesalvaged. Wir müssen zuerst noch leer räumen müssen. Oder ich weiß nicht, ob es automatisch das Schiff zuerst leer räumt, wenn ich auf Salvage klicke. Who knows? Aber den ganzen Shit habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Und dann ist mir eben, dann sind mir die Infra-Blocks ausgegangen. Schön, dass das so halbwegs automatisch funktioniert. Ich bin jetzt noch drauf. Ich bin so viel, aber immer noch ein bisschen was. Das Ding jetzt, das Shuttle wird schnell voll. Ist ja jetzt das Shuttle nicht mehr? Oh no. Wait! 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 Ah, okay. Jetzt ist es wieder da. Geht euch nicht in die Luft? Ah ja, nein. Seid ihr in Spacesuits? Da draußen müsst ihr schon in Spacesuits sein, oder? Sonst geht das hier nicht. Es geht hier nicht die Luft aus, wenn ich das, äh, automatisch mache. Wir machen das gleich mit dem Hall Stabilizer. Chill. Okay, das Medical Bad steht hier einfach in der Gegend rum. Jetzt fein. Vielleicht können wir den Hall Stabilizer. Das ist das System, oder? Naja. Können wir dann einfach da irgendwo hinbauen? Direkt in das Medical Bad? Ich meine, wir haben gerade noch Platz hier. Wir haben nicht wirklich Platz woanders. Ist ja egal. Ich meine, wieso nicht denn? Es ist ein Hall Stabilizer. Er muss, er muss in der Mitte des Schiffs sein, oder? Damit er schön alles stabilisiert. Flawless Logic. Hall Stability achieved. Wieso ist Schnee gebaut? Ja, 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 ja. Jetzt kommt das Ganze, wie es mir schon gesagt hat, dass ich bauen soll. Ich baue das hier gleich. Ich will nur zuerst... Okay, wir haben kein Transferzeug hier mehr. Das heißt, jetzt wird gesalvaged. Select type of scrap to salvage. Probabilities are based on the type of facilities. Toggle transfer for automatic scrap transportation. Toggle... Ah, ja, ja. Und wieso sollte ich nicht einfach alles anklicken? Entweder eine Ahnung? Ich will definitiv den Infra scrap. Soll ich nur die anklicken, die heiß sind? Und... Oder... Alles aus der Höhle? Oh, wer will es dann ganz abbauen? Höhle als letztes. Okay, thanks. Macht Sinn. Oh, ship storage full. Ähm, da müssen wir vielleicht nebenher noch kurz Zeug bauen. Ähm, aber damit wir Zeug bauen können, müssen wir zuerst die Hall größer machen. Es ist wirklich... Ich will es nochmal nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Es ist actually not symmetric. Ah, es ist... Na, 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 ist einfach deppert. Wir müssen es einfach nur länger machen. Es tut mir leid. Die Antisymmetrie tut mir leid. Aber es soll man tun. Ja, wir können es zumindest so viel länger machen. Ohne, dass uns die Hall-Blocks ausgehen. Immer wenn sie uns ausgehen, müssen wir halt einfach mit dem zurechtkommen, was ich bis dahin gebaut habe. Okay, das dauert wissentlich länger, als... Das Scrapten dauert länger, als das einfach nur Zeug abtransportieren, was auch sie macht, weil sie das ganze Zeug tatsächlich abbauen. Makes sense. Weil ich habe nämlich versucht, so... Ah, kann ich da nicht irgendwie auf Deconstruct klicken oder so? Und das ging nicht. Und dann muss ich nicht genau, wie es funktioniert, weil ich das hier was sehen hatte. Was ist das hier? System Points. Interesting. Mass. 1458 von 0. Also, interesting. Was ist das hier? Ist das mein Leben? Oder meine House Stability? Oder was auch immer? Jo, Katze. Später. Es ist gerade einmal 6 Uhr. Es ist zu früh für's Abendessen. Schaut aus wie eine Oma. Sie hat eine Heißkrause. It's pretty funny. Sie findet es weniger funny. But oh well. Ja, but in the hall jetzt vielleicht? Yay! Good job. We sind so busy. It's tight. Ja, wie ist das? Wir brauchen da dann wieder ne Wand, aber das kann ich erst machen, wenn genug Halle hier gebaut wurde. Okay, 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 okay. Weil der, der soll ja nicht laufen während, während er nicht, äh, eingebaut ist. Nicht edit. Wirst du keine Ressourcen? Insufficient, was genau ist insufficient? Darf ich? Tax-Grab. Du kriegst vielleicht noch Tax-Grab. Mach dir jetzt nur das? Du kannst hier ruhig auch die anderen Sachen machen. Oder darf ich ihm nur ein Suffer mal sagen? Ich hab das so verstanden, er macht einfach was auch immer er bekommt hier. Oder muss ich sagen, continuous if... No. Ja, wir werden zuerst den Hyperdrive bauen, damit wir dann sehen, wie sich das andere ausgeht daneben. Weil der Hyperdrive ist fucking... ...humongous. Ich hoffe, er sperrt es nicht ab, aber ich glaube, er sperrt es ab, falls ich ihn hier bauen würde. Ähm... Vielleicht haue ich ihn einfach da auf der Seite rein. Äh, wo bist du? Wo bist du? System... Hyperdrive... Naja, er wird das Ganze absperren. Und er geht sich da auch nicht aus. Und er geht sich da auch nicht aus. Fuck. Ist immer noch nicht genug Hall. Uh oh. Uh oh. Äh, zwei mehr? Vielleicht? Please? No? Okay, EnergyScribe. Ja, das bist immer noch du. Aber jetzt tust du... Tust du den was recyceln gerade? Working! He's working! Ähm... Wir bräuchten ein Wändchen hier. Wenn das möglich wäre, bitte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ist das denn alles genau gleich? Das heißt, das geht sich bei beiden nicht aus. Oh, please. Wir sind langsam ein bisschen lang. Es ist auch nicht gerade das schönste Raumschiff aller Zeiten, muss man sagen. Ein Rechteck im Weltraum. Aber hey. Es fliegt. Beziehungsweise noch nicht. Aber hoffentlich bald. Vielleicht ist es besser, wenn wir es dann einfach gleich an den Rand bauen. Wenn es eh schon wurscht ist, quasi. Von der Symmetrie her. Es ist besser, wenn es einfach ganz am Rand ist. Also wenn es so knapp nicht symmetrisch ist. Ich glaube fast. Ich meine, das schaut schon eher besser aus. Aber halt nur... Nur von der Weite. Weil eigentlich ist es schier. Ach. Es ist auch platztechnisch effizient, das da entzornen. Dann können wir den ganzen anderen Shit... Ich... Ich kommitte. Zur Nicht-Ästhetik. Und dann machen wir die ganzen... Wir brauchen die ganzen Konsolen. Also ich will sehen, ob wir uns da einen schönen Raum zu haben. Wir brauchen die Navigation. Wir brauchen die Operation. Ähm. Und dann brauchen wir noch irgendwas. Wahrscheinlich später Shields und so. Die gleich groß. Die scheinen alle circa so zu sein. Dann könnten wir hier so den Raum machen für all das Zeug. Wie sieht das aus? Ah, that's beautiful. I love it. Wie sieht's aus da drüben? Ähm. Da-da-da-da-da-da. Sehe ich? Da Infrascribe oder immer noch? Hi. None. Okay. Got it. Also wenn alles auf None ist, dann kann ich die Hülle einklicken. So wie ich's verstanden hab. Wir haben immer wahnsinnig viel Wasser. Wir haben aber noch 10 Eisblocks. Oh, ich hab dir noch gar nicht gesagt, dass du das Zeug machen sollst, gell? Das, er macht nämlich aus Eis, äh, Wasser. Das ist quasi einfach, jetzt weiß ich nicht, warum sie so ein fettes Gerät dafür brauchen. Man könnte auch einfach das Eis in die Uhr hinlegen und schmelzen lassen, aber hey. You do you. Wieso ist das, wieso ist mein... Was ist mit meinem... Ist das, ob mein Hyperdrive ready ist oder so? Maybe. Wie hab ich das übersehen? Ich hab's wirklich komplett übersehen das letzte Mal. Adjust Wall View. Toggle Roof View. Oh, what a ship. Ich mein, das ist auch keine Schönheit, sind wir ehrlich. Oh, da kann man... Das schaut irgendwie cool aus, finde ich. Man sieht halt ein bisschen weniger. Irgendwann würde sie mich nerven aber für einen Moment. Wir brauchen Strom. Genau, dich wollte ich eigentlich umsituieren. Eigentlich kann man hier super rein situieren. Oder geht's dir das wieder nicht? Naja, und geht mir schon auf die Eier. Na. Ja. Na, das geht's dir nicht aus. Das ginge sich aus und wär viel leibernder. That's kinda perfect. Und wir können's auch einfach so machen. Ah, da muss ich die Dinger aber nebeneinander stellen. Das irgendwie... Nervt. Und dann kann ich sie nicht nebeneinander stellen, besser gesagt. Das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Kann man das zwischen euch beide stellen? Nur technisch gesehen. Nein. Da kann ich sie hinstellen? Okay, dann musst du da den Power. Das ist hier gar nicht so thematisch umpassen, oder? Wenn man da den Power Mode hinstellen. Und dann kann ich da immer noch mein Zeug bauen. Und du müsstest jetzt... Genau. Du musst da eigentlich gemoved werden hier. Soll ich dich gerne moven? Bis wohin bist du gegangen? Bis... Eingeschlossen die Wand oder vor die Wand? Ich glaub das ist... Das ist vor die Wand. Okay, bis vor die Wand geht das. Ähm... Das ist eingeschlossen die Wand. Das heißt, da müsste ich hin. Ich weiß nicht, ob der ganze Hyperdrive da äh... inkludiert ist. Ich hoffe es. Ah, Hyperdrive ohne Strom könnte ich mit durchaus... als Problem vorstellen. Geil. Execute Hyperjump. Jopp. Wait ins. Okay. Das Zeug ist online. Baust das wieder auf. Machen einen geschmeidigen Link hier hin. Weil da dürfen wir nicht mehr, glaube ich. Jo, alles... Alles unter Strom. Geil. Ähm... Wie schauen wir hier aus? None. Ja, aber das andere ist immer noch Low. Energy is Low. Und Info ist immer noch High. Und ich brauche ja das ganze Info Zeug. Also äh... Chill mir noch ein bisschen hier. Wir haben ja schon alles gemeint. Scheinmal hätte ich früher salvagen sollen. Aber ich wusste nicht, dass das so lange dauert, wie ich es beim letzten Mal gar nicht gemacht habe. Incoming Ship? Wait. Should I piss off? What is happening? Ich habe ein bisschen Angst. Incoming Ship? Next turn. Ich meine, vielleicht sind es freundliche Leute? Wieso blinkt das so? Will es mir sagen? Verpiss dich, bevor sie kommen. Blau neutral Rot Piraten. War das blau gerade? Nachdem du keine Angst gesagt hast? Wahrscheinlich. Es war gelb, oder? Äh... Aber wir werden es sehen. Ich meine, ich verpiss mich einfach, falls sie kommen. Ich verstehe die Referenz nicht. Oh! Oh! Entit! Sack! Stop! Pause! What? Ist blau. Blau neutral. Hello! Trade! Ich habe gehört, man soll sich alles Wasser holen, das man bekommen kann. Ja, kein Wasser. So... Fuck off. By the way, mein Schiff. Nicht, dass wir uns da richtig verstehen. Ich war zuerst ja. Kannst du mir jetzt chillen? Ist es okay? Aber lass die Finger von meinem Schiff hier. Das ist ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Naja, stimmt gar nicht. Ich habe irgendeins von dem mal ausprobiert. Kurz. Ah, ich bin nicht mehr so weit gekommen, dass ich gestorben bin, glaube ich. Jetzt weiß ich mehr wieso. Ich glaube, es war mir zu Clunky oder was auch immer. Ich will noch mal einen Infrascrap haben hier. Eis ist am besten, okay. Aber wie gesagt, sie hatten ja gar nichts, oder? Hatten sie Eis? Nothing. Ah, Wants. Warte mal, Office. Das ist, was sie offen? Oh, gib mir das. Habe ich Geld? Wo ist mein Geld? Zeige ich immer, wie viel Geld ich habe. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ah ja, das bin ich. Ich habe kein Geld. Sie haben Geld. I see. Space Food. Nicht, ob ich dir Space Food geben will, aber es wurde mir gesagt, ich soll das ganze Wasser holen. Maybe I get rid of Space Food. Ich meine, wenn ich in 1 Space Food gebe, geben sie mir dafür eine Million Wasser. Womit ich 6 Wasser meine. Oh, da ist ein Defense Nackel. 10 von 10. Ha. That is a problem. Okay, so gibst du mir noch Geld dazu. Ähm. Xe? Oh, wir dürfen nur 4 Trades insgesamt machen. Deswegen sind sie auch begrenzt. Da ist er nochmal. Hast du jetzt kein Wasser mehr? Ey, lüg nicht. Hast du vorher gar noch Wasser gehabt? Nein, ich glaube, der würde mich bescheißen. Scheiße, wir keine Waffen haben, sonst könnten wir ihn zerschießen. Setzt euch. Ja, ja, ich exekute ja gleich in den Hyperjump. Mein Gott. Brauchen wir noch ein zweites Lager vielleicht? Ja, ich meine, es ist bald schon wieder voll. Nur wo zum Gag kann ich noch... Wie viel kostet es mir hier ein Lager zu bauen? Facility? Resource? System? Hm, Storage? Ha! Ich dachte nicht, dass es ein eigenes Tab hat. Ey, wir können einmal noch ein Storage inhalten. Aber dann geht sich hier keine Waffen da... Geht sich das aus? Ja. Die Leute können immer noch vorbeilaufen, oder? Hoffentlich. Das wird uns sagen, wenn nicht. Dann haben wir noch ein Storage-Dingsi. Wie viel kostest du zu bauen? Fünf! Sind das Infra-Blocks? Wahrscheinlich. Das bist du. Ich kann die noch nicht wirklich auseinanderhalten, was da was ist. Das ist das hier. Infra-Block, ja? Aber seht ihr, wir haben noch sechs Stück auf dem ganzen Schiff. Wir brauchen gerade welche dafür. Aber wir kriegen ja noch ganz viel Infra-Scrap. Also ich glaube, es ist alles okay. Haben wir Infra-Scrap rumliegen? Tech-Block. Infra-Scrap. Ja, wir haben noch sechs. Wie viel? Also wie viel Scrap machst du? Eins? Eins zu 0,5 ist bei dem. Eins zu 0,5. Okay. Okay, okay. Also, äh, 2 zu 1. Nur, damit es nicht am Lager Platz liegt, dass wir nicht alles von dem Schiff bekommen. Manchmal haben wir alles abgebaut, oder? Aber es war immer noch high. Wahrscheinlich können wir die Wände und so auch noch abbauen. Ah, wir sind auf Medium unten, aber ja. Gibt noch einiges zu holen, I guess. Was gut ist, weil... Ich habe ja nicht immer so viel. Wir gehen mal noch auf volle Geschwindigkeit, weil wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass das Schiff endlich, äh, komplett abgebaut wird. Ich meine, wir haben nicht so wahnsinnig viel zu essen, habe ich das Gefühl. Oder machst du Space Food aus dem Zeug? Kann ich mal kurz die Kitchen hier andingsen? Ja, use everything, außer Monster Meat und Human Meat. Eat at your own risk. Du hast Zeug... Ich weiß noch nicht genau, was da die Ratio ist. Du bist feil, ist aber okay, weil wir haben jetzt eben noch ein Lager gebaut. Ich freu mich, ob wir überfüllt sind oder so, ob mir das Spiel hier was sagen will. Oh, we done. Das ging dann schnell auf einmal. Na, die Wände werden nicht abgebaut. Alles andere, aber nicht die Wände. Was ist das hier? Warum liegt das hier noch? Und macht das niemand abgeholt, bitte? Da ist noch was. Ich sehe es genau. Pennt ihr gerade? Ne, pennt es gerade. Okay. Ich warte noch kurz, bis ich es anklicke, weil ich habe da noch ein Kistchen gesehen. Ich glaube, das Kistchen muss noch rüber wandern. Aber vielleicht können sie das auch machen, während sie die Hülle abbauen. Keine Ahnung. Keiner geht die nur ins Shuttle? Da war. Niemand will das Kistchen holen? Okay, vielleicht gehen wir dann die Halle in Auftrag. Die scheinen keinen Bock haben. So, haben die Kiste abzuholen. So, I'll scramp. Let's get started. Naja, und jetzt kommen sie. Ah, jetzt machen wir es mit dem. Ja, aber dann ist das Kistchen immer noch... Egal, das eine Kistchen ist auch wurscht. Vielleicht ist es in Wahrheit gar nicht da. Das sieht nur noch so aus. Okay, wenn alles auf Null ist, kannst du die Wände abbauen, auch wenn... da noch Kisten drin sind. Alright. Gucke unter Transfer, was das ist. Rubble. Ah, okay. Ich denke, Rubble. Bringt mir das denn was? Nein. No description. Hättet sich nicht noch was wichtig machen. Ey, ich hab gesagt, falle Speed, bitte. What the fuck? Meine Mood-Taste... Hotkey, aber es ist ja nicht F3, was man... Oh, God. It's horrible. Okay. Ich hab extra irgendeine Tastenkombination verwendet für meine Makro-Taste, die nie von dem Spiel verwendet wird, aber ähm... F3 ist drin. Also... Schalte ich, wenn ich mich selber mute mit einschalte, immer auf 3S-Speed. Also spiel mir auf 3S-Speed. Okay, wir haben 84 Wasser. Das ist pretty top. War das alles, was du holen konntest? Jo! Wunderbar. Das heißt, wir werden uns jetzt verpissen. Das heißt, wir gehen auf... System was, glaube ich. Prepare Hyperjump! Let's go. Jetzt dürfen die alle nicht mehr weg, natürlich. Ich glaube, irgendwo wird jetzt Wasser hingebracht zum Hyperdrive oder so. Oder ich glaube, wir brauchen Wasser dafür. Naja. Werden noch nicht dazu kommen. Ich möchte zuerst noch schlafen. Jetzt haben wir zwölf Infra-Blocks und haben wir noch Infra-Scrap. Einen Infra-Scrap. Okay, ein bisschen Hall-Scrap. Noch zwölf Hall-Blocks. Okay. Doing good, doing good. Wir können das Schiff jetzt ab jetzt einfach nach links größer machen, damit das irgendwo tatsächlich in der Mitte ist. wobei können wir nicht wirklich, weil da unser Ausgang ist. Aber wir machen es einfach länger. Oh, du bist an, heißt das. Yes, we can jump! Uh! So, jetzt können wir sagen, wo wir hinwollen. Wir können momentan aber leider noch da hin. Da gibt es kein Schiff. Boah, wie fies. Okay, wir jumpen trotzdem zuerst da in Doppelklick. Let's go. Wir könnten jetzt auch mal weiter jumpen, right? Aber ich meine, ich kann mir auch einfach den ganzen Shit hier zuerst holen, was Indie mehr in meiner Natur lege. Ja, ich glaube, wir holen uns den ganzen Shit hier und dann gehen wir da hin, weil da gibt es wieder ein Schiff. Drop. Jetzt können wir uns, glaube ich, aussuchen, wo wir droppen. Ja. Ähm, da passt eigentlich eh. Einfach, wo wir hingehen können zu all diesen, zu all diesen schönen, Yeah, wir preparen gleich wieder. Chill. Was haben wir nicht? Ice und Tagscribe. Ja gut, aber wir haben genug Wasser und genug Tagblocks, also es ist jetzt nicht das Ende der Welt. Ey. Mein Everything. Mein Everything. Moin Everything. Ich weiß nicht, ob ich beides klicken muss oder ob das reichen würde. Ich glaube, das würde reichen. Ich hätte es ausprobieren können. It's fine. Ich meine, ich glaube, jetzt ist es aus. Das sagt man jedes Mal. Ah nein, Build Hypersleep Chamber willst du jetzt machen. Build Hypersleep for your crew and embark on interstellar travel. Ich glaube, das ist nochmal ein System höher. Aber zuerst müssen wir alles hier abgraben. Was brauche ich denn für Hypersleep Chambers? Wo ist es drunter? Object Facility. Keine Missing Resources, also wir könnten sie einfach bauen. Kostet nicht einmal so viel, oder? Haben wir vier von allem? Ich glaube, wir haben vier von allem. I mean, looks like it. Ich frage jetzt, wo ich die hinbauen würde. Dann müssten wir das Schiff ein bisschen länger machen. Und wir werden die Deppert in der Gegend rummeinen. Aber, hm, wenn ich jetzt anfange, die Hall zu vergrößern, dann kann einer nicht meinen. Ich glaube, das ist ein bisschen später. Okay. Ich meine, wenn sie zu zweit sind, soll das ja relativ fix gehen, oder? Du bist da oben. Okay. Definitiv gut, dass wir ein zweites Lager haben, glaube ich. Ich könnte aber jetzt, wobei, ich weiß noch nicht genau, wie groß die, wie groß wäre das? Wenn ich alle vier Sachen hier reinbaue. Weapons Console, Shields Console. Hier wäre es so groß, ist die Weapons Console auch genau gleich groß. Pretty much. Okay, das heißt, ich weiß circa, dann könnten wir hier die Türe einbauen. Dass hier ein gescheites Cockpit wird. Oder da die Türe einbauen. Äh, ziemlich groß. Die beiden sind schon komplett und es geht nicht ganz fix. Die Übersicht ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Man sieht sogar die einzelnen Maxeln. Jetzt sehe ich, dass sie pennen, weil sie alle in den Bett liegen. Wir sehen die Schiffe, sie haben alle unterschiedliche Zeichen. Da hat sich wer was gedacht. Wir können leider erst preparen, wenn wir fertig sind, weil die Shuttles ja nicht mehr raus dürfen, wenn wir den Jump preparen. Ich habe keine Waffe, oder? Ich kann das nicht machen. Oh Gott. Jump! Get going. Yo, genug geimpft. Kann ich nicht sagen, yo, no time to sleep? Emergency? Somewhere? Wee, 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 wee. Navi auf Rot stellen. Was meint es mit Navi auf Rot stellen? Operations? Das hier? Forst. Oder ins System? Ah ja. Go! Kurz, mein Bein. Werde ich gerade beschossen? Yo, könntest du aufhören, mich zu beschießen? Please? Fuck. Do it. Okay, jump! Get the fuck out of here. Motherfuckers. Ich bin noch nicht mehr mit meinen fertig. So unschön. Okay, wir brauchen dann Waffen, wie es aussieht. Lauf. Kann ich jetzt hier bitte ungesteirt mein Shit machen? Und, dass ich beschossen werde? Von irgendwelchen Kack-Piraten? Aber wir werden uns einfach gleich neben dich chillen. Darf ich mich neben dich chillen? Naja. Da gibt es nämlich nichts anderes. Servus. Keine Piraten momentan. Großer Fan davon. Äh, dann können wir jetzt eigentlich wirklich mit allen Vieren rüber. Systems ist jetzt nicht mehr rot, bitte. Sondern blau. Ähm, ihr wollt zuerst noch was essen. Das ist fein. Esst schnell was und dann, wenn ihr mit dem Kaffee fertig seid. Weil der Kaffee muss schon sein. Wir sind schließlich keine Wilden hier. Draft! Draft! Geht auch nicht. Tut 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 tut. Ah, das ist jetzt sogar ein richtiges Stock hier. Und außerdem mit euch. Oh, Viechis. Shoot the Viechis. Nice. No, mehr Viechis. Er schießt mal Viechis. Wie sehen wir noch? Na, jetzt hat sie fertig mit Schießen. Ich freue mich, ob die eigentlich voll nett sind und wir schießen einfach auf sie, weil wir sie nicht verstehen und sie am Boden krabbeln. Okay, das sind auch Konsolen und so zeig. Du, 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 du. salvageable und da kriegen wir ein Lock oder so haben wir das jetzt bekommen nein, ihr solltet es nicht drauf schießen ich solltet es nicht drauf schießen ähm, okay, ich kann euch jetzt undraften ich kann nicht undraften äh, dann gehen wir rausgesumt dann gehen wir auf Transfer dann wird einfach mal alles selected und darüber geschafft, selbstverständlich und dann gehen wir salvagen auch weil ich das Innere wahrscheinlich gleichzeitig salvagen kann, oder? du, 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 du äh, sowas das Graveli das war an Österreich, dann wieder Internet naja, ich hab ein, ich hab ein neues Modem mehr angeschafft und es geht immer noch nicht perfekt, aber scheinbar für Streaming reicht's das ist perfekt es hat ein paar es wird ein bisschen variieren, aber es war jetzt glaube ich kein Ausfall und ich hoffe auch kein Ruckeln oder so es ist die ganze Zeit grün soweit ich sehen kann seit einer Woche, glaube ich aber ich hab nicht wirklich dran geglaubt wir sehen, ob du es immer noch sagst wenn dein Crewmitglied so ein Ding wird was? what? ist das Alien, oder wie? und beider kommt es täglich gesehen aus einem Crewmitglied raus ah, wir haben alles getransfert äh, Softscrap, Infoscrap, Techscrap, Energyscrap Knowhowscrap und, äh, transfer ich es, please und ich glaub, dann bauen wir zumindest mal die Weapons-Konsole und das ganze Zeug damit wir vielleicht uns mal vertraut machen können mit dem, scheinbar geht's da nicht wirklich weiter dabei mit dem, äh mit dem Tutorial Energy Turret fires a pulse of concentrated energy at a target stripping its shields and damaging its hull Turrets are operated from the Weapons-Konsole Shield Generator wäre wahrscheinlich eine gute Idee wir checken uns einfach mal als erstes ein Shield Generator äh es ist gonna be difficult, though oh, ich könnte neben den Hyperdrive bauen hey, das geht sich aus haben wir raus, das Ding building job excuse me building job not possible dummes KW ja, wenn ihr mit den ganzen fucking permitted terms den ganzen Zeit rum scheinst dann muss ich die alle wieder aufräumen nachher, ich hab's immer noch nicht gemacht ich glaub, ich muss meine großzügige Mod-Politik irgendwann wieder ändern die Hälfte der der permitted terms hat oder 99% der permitted terms hat den Boa in einem Stream reingetan topes Graveli ist aber ziemlich schön Gibt's eigentlich eine begrenzte Anzahl an Energie oder sind das einfach nur die verschiedenen Links ich seh nicht wirklich wie weit der Typ hier oder wie viel der der Power Generator Generator tatsächlich also ob wir ein Power Budget haben oder ob's sehen wie wurscht ist nur eine Weapons-Konsole und nur eine Shield-Konsole du hast kein Strom wirklich nicht you sure? mhm 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 da brauch ich einen weiteren Link dafür aber ich mein, ich hätte schon gerne ein Schild muss ich jetzt eigentlich zugeben das würde mir taugen das geht sich genau nicht aus das ist wenn ich den Eins-Wörter ich kann ja nicht den Eins-Wörter vorschieben that sucks balls wenn ich könnte das Teil hier entstellen stattdessen ging sich jetzt daneben nur zum Schauen ging sich daneben jetzt gerade ähm sowas wie achso den den Turret kann ich ja das versuch den muss ich wahrscheinlich woanders hinbauen oder? will ich da woanders hinbauen? ok move this warte mal kann man da noch zu dem Ding? nein wenn ich das da hinmoven kann man ich weiß nicht ob das schlimm ist wenn man da nicht bringen kann wie weit wie weit tust du energizen? wir müssen nicht zwei weiter das geht natürlich technisch gesehen das würde ich hier hin tun naja mach das einmal wir müssen sehen was der macht noch schnell also ich meine er gibt uns ein Schild no na net aber wie das aussieht und so und was es kostet und die Sachen ich wollte es nicht so machen geh weg geh weg ich will nicht da sein ich will nicht in den System geh weg weg oh die hab oh datalogs sind hier ey Geschichte ich meine auf Englisch leider jetzt weil ich es noch nicht auf Deutsch geschalten habe uuuh egal damit ja was wisst was wir machen das wenn wir es auf Deutsch geschalten haben weil ich mich ein bisschen auskennen die Geschichte kommt später du bist technisch gesehen haben wir jetzt ein Schild hast du ein Schild könnte ich ein Schild anmachen Schilds are you shielding die Schilds console ist used to operate die Schilds one console kann match all Schild ermittes so long as it is map are you emitting a Schild null incoming one oh 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 wo ist mein Schild da ist ein Schild ich habe ein Schild I see a Schild kriege ich mehr Schild ich kriege mehr Schild kost tut der Strom saug oder was wieso geht da der Strom die ganze Zeit aus haben wir okay ich glaube wir haben ein Strom Problem wieso haben wir ein Strom Problem weil der Schild an ist I guess brauchen wir jetzt noch ein wir bräuchten den zweiten Generator oder aber ich sehe nicht ganz kostet es nur Strom das Schild aufzubauen oder kostet es auch Strom das Schild zu behalten wie es aussieht kostet es nur Strom das Schild aufzubauen cool ich muss sagen das ist schon ziemlich cool ich meine wie gesagt das ist nur eine Alpha das Ding pretty dope so far ich verbrauche mehr Strom als ich produziere ja aber nur wenn ich das Schild stärker mache right na jetzt ist alles cool und sehe ich ihn nur was ist wenn ich aufs Energy Dings mache oh oh da 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 Generating 6 wieso dann manchmal nur 4,4 6 7,56 und wir haben Stored right aber das geht doch geht es runter oder geht es nicht runter na es geht im Allgemeinen runter sonst wären wir schon auf 4,75 right oder es geht gerade noch langsam rauf außer wir bauen Schild auf na ich glaube es geht runter wieso haben diese fluctuate wieso tut er so hin und her mit dem Produzieren ist der nicht stabil nein aber der ja jetzt tut er wahnsinnig viel sich holen deswegen geht er uns dann irgendwann aus aber jetzt braucht er immer noch ein bisschen was und das bisschen was scheint auch zu reichen damit ja wobei nein er bleibt da immer noch in der 4,50er Range dabei passt er gerade schon wieder auf weil wir sehen das anders gerade angegangen wir sind definitiv an der Grenze aber wieso von 15 ok wieso generated der Dude nicht mehr wenn er eigentlich 15 generatet könnte weil er nicht genug Energy Wads drin hat nach die Schlampe sollte keiner mehr einschalten ja man muss halt auch Strom sparen Klimawandel und so ähm also ich brauche ich brauche einen zweiten fucking generator oder habe ich überhaupt noch diese Rods rumliegen ok ich habe 24 Stück davon ähm well 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 nein Katze ich habe nicht mit dir geredet ähm wo soll ich das jetzt hinstellen das Teil wie voll hier könnte man behaupten eher eher voll mhm mhm also dem thematisch wird das eher in dem Teil ich habe gerade auf den Bildschirm mit meiner Hand gezeigt ich bin ein Genie wird das eher wird das eher hier irgendwo hinpassen ich würde jetzt mal stark annehmen das geht sie nicht mehr aus Power das ist ok was haben wir für ein Power wir haben natürlich den Furz Power General kein fucking Wunder dass das nicht funktioniert das ist natürlich kein gescheit es ist wie ein fucking iPhone die natürlich am Anfang nichts gescheites eingebaut haben hier und jetzt funzt das Ganze natürlich nicht gescheit wundert ja auch keinen ähm brauchen wir unbedingt den Klo hm 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 ja ich glaube ich glaube ich komme nicht drum rum das Schiff in irgendeiner Weise zu vergrößern nur in die Richtung kann ich ich meine ich könnte das moven oder kann ich das moven cannot dismantle move ship must have one functional airlock ok ich muss zuerst ein anderes bauen damit ich das hier als sie du würdest das Heck breiter machen und einen Maschinenraum draus bauen äh wir können das Heck natürlich in die Richtung weitermachen aber dann ist es schier es ist natürlich auch wurscht ist in dem Sinne ich meine ja you got a point you got a point fliegender penis naa ok jetzt machst du es mir schmackhaft ähm edit schmackhaft schön ausgedrückt nice ähm du ich glaube ich verbreite dann einfach mal das hier ah ja da darf ich nicht wegen dem fucking ding sie wir machen das wir machen es aber mal so breiter wie breit ist der wait wie breit ist der größte power generator wenn ich will nicht klicken wenn wir da jetzt einen neuen power generator rein bauen dann haben wir den power power generator rein ja geht sie aus perfekt was ist eigentlich das gelbe da das rote ist gesundheit das gelbe ist auch wenn sie schlafen müssen und das blaue ist sauerstoff perfekt i like it ok wir haben zwei stunden gescreamt gescreamt gestreamt ich habe ein bisschen gestreamt auch war ja nur quasi ein test stream ähm das ganze heißt jetzt wenn du das auf allen vier ecken machst sieht das aus wie eine frachte true ja wir können das noch cool machen ähm vergrößern hack mach pg rein das verstehe ich sicher nächstes mal safe das ist meine großartige safe politik damit ich das nächste mal weiß was ich eigentlich machen will aber das cockpit habe ich ja jetzt schon hier vielleicht machen wir es auch ein bisschen asymmetrisch wir werden es sehen anyways für heute ist es genug ich muss sagen das spiel macht echt spaß wir werden das nächste stream glaube ich einfach weitermachen nächstes stream ist eine gute frage wann da ist ich weiß es leider jetzt gerade noch nicht ganz genau weil jetzt bald die kinos wieder aufsperren und everything is a bit äh busy natürlich sobald mein internet wieder reliably funktioniert habe ich wieder weniger zeit weil so ist es im leben ich nehme mal am montag vielleicht sonntag ich werde es auf dem youtube channel ankündigen ich sage jetzt mal mindestens einen tag vorher damit ich niemanden allzu sehr überrasche zeitmäßig wird es wieder so circa um die uhrzeit sein vielleicht um 6 statt um 5 irgend sowas und ich glaube wir werden einfach das weiterspielen weil es mir gerade echt spaß macht muss ich sagen it's fun it's new i like it und sie haben sich zumindest so weit ich bis jetzt so weit ich es bis jetzt sehen kann echt sehr bemüht mit dem spiel wünsche ich allen einen schönen Abend schönes wochenende ähm bleibt gesund und ich hoffe ich sehe euch beim nächsten mal bis denn servus